Lieber Daniel, liebe Selma, vielen Dank dafür, dass ich Instant Change einmal selber kennenlernen durfte. Vor kurzem hatte ich meine ersten drei Anwendungen und es war unglaublich, was für schöne Veränderungen wir in meinem Körper und in meinem Leben hervorgerufen haben. Ich hatte seit vielen Jahren immer wieder ein Thema mit Schuldgefühlen und wir haben daran gearbeitet, haben es transformiert. Und wenn ich heute in solche Situationen gerate, dann kann ich das völlig neutral betrachten und ja, es lässt mich schon fast kalt. Das ist ein schönes Gefühl. Auch körperlich haben wir gearbeitet, Thema Wirbelsäulenausrichtung zum Beispiel. Damit hatte ich auch schon seit frühester Jugend zu tun. Und es hat mir ein unglaublich neues Körpergefühl gebracht. Ja, schon fast Muskelkater. Aber mit den weiteren Anwendungen und Einbeziehungen des Massageprogramms hatten wir auch das relativ schnell wieder im Griff. Und es ist einfach ein schönes Gefühl. Ein weiteres Thema war, ich habe seit fast zwei Jahren Schmerzen in der Schulter, im Arm gehabt und konnte das nicht durch Sport, nicht durch Massage, nicht durch Osteopathie in den Griff bekommen. Es war nie richtig gut. Und schon allein nach der ersten Anwendung mit Instant Change hatte ich eine Beweglichkeit in meiner Schulter, die ich lange vermisst hatte. Jetzt ist es wirklich richtig gut. Und ich glaube wirklich, dass es langhaltend gut bleibt. Vielen, vielen Dank da dafür.